Was geht herzlich willkommen zu diesem Video, heute mal ein Money Glitch. Dieser Money Glitch ist vom WFG, aka WFG World Finance Ganger. Und der ist richtig einfach, ich bin gerade am dupen. Ich zeige euch wie der geht, ihr braucht hier die Mission, kurz geht raus an Horschi, der mir hier die Mission macht. Die letzte Mission im Casino, die braucht ihr, ihr müsst hier nicht zu Ende spielen, könnt ihr aber dann... Ihr braucht die jetzt erstmal. Ihr braucht ein Auto, was ihr duplizieren wollt. In meinem Fall hat die da easy. Und ihr braucht dann halt, ja, hier diese ganzen Elegy's. Ich habe mir direkt richtig viele hier gekauft, die seht ihr halt noch nicht, ich kann die nachher mal zeigen. Da stehen überall Elegy's drin, ich werde die jetzt alle voll machen, alle. Und ja, ich werde mal sagen, wir fangen direkt mit dem Glitch an. Wenn ihr dann hier drin seid, in der Mission, müsst ihr in euer Apartment gehen und dann seht ihr ja hier diese ganzen Elegy's. Und ja, bei den Elegy's seid ihr dann, steigt ihr in den Elegy ein. Und ich habe noch vergessen zu sagen, der easy, der muss auch mit in der Garage sein, ganz wichtig. Ähm, na, machen wir mal weiter. Ihr müsst dann hier in den Elegy einsteigen, ihr fahrt raus. So, ihr seid jetzt draußen, dann fahrt ihr jetzt ein paar Meter nach vorne, lauft dann nach hinten, wieder hier rein. Und das sind die ganzen Eclipse Tower, überall sind Elegy's. Und ja, jetzt geht ihr hier rein. Jetzt läuft er hier rein. Und dann steigt ihr ganz gechillt in den Easy Classic. Und wie gesagt, der Founder ist WFG World's Finest Gamer. Link in der Beschreibung. Checkt ihn ab. Ehre, Mann. So, ihr fahrt jetzt hier raus. Und da bloppt er auch schon auf. Ihr seid hier draußen, fahrt nochmal nach vorne. Ihr dreht am besten das Auto nochmal. Und dann auf persönlich das Fahrzeug anfordern. Ihr wartet ein paar Sekunden. Und dann müsst ihr ab und zu mal ein bisschen nach vorne und nach hinten fahren. Damit, ja, damit sich hier das Menü jetzt öffnet. Dieses Menü, Garagenoption, das muss sich öffnen. Einfach X auf Eclipse Tower. Und dann werdet ihr in den Eclipse Tower reingezogen. Dann wartet ihr, bis ihr im Eclipse Tower halt gespawnt seid. Das dürfte jetzt hier passieren. Zack. Und der Easy ist gedupet. Ich habe schon mal eine ganze Reihe. Also, das ist der Glitch. Und der ist an sich einfach. Ihr braucht halt auch iFood-Kennzeichen am besten. Damit ihr nicht im Cheater-Level so schnell steigert. Äh, ja, steigert. Steigt. Ich habe jetzt keins. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich verkaufe die Dreckigen. Ich bin eh schon richtig hoch im Cheater-System. Macht jetzt für mich keinen Unterschied. Das juckt mich auch jetzt nicht. Ich gebe einen Fick auf meine Nummernschilder. Ich habe jetzt momentan einen Safe Editor. Und auf jeden Fall, das ist der ganze Glitch. Kuss geht raus an Horshi und an WFG. Lasst dem Video noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Wiederschauen und tschüss.